so einen wunderschönen guten morgen baumi films wieder am start ich sag guten morgen memmingen guten morgen unterallgäu guten morgen flughafen memmingen ja es ist nur dunkel vollmond haben wir auch circa 12 grad und sehr windig ja leider stehe jetzt hier auf der 24 aber vom wind her ja ich würde mal sagen ich glaube da mal eher 06 betrieb so wie es ausschaut ja ist natürlich ein bisschen doof aber kann man sich nicht raussuchen ja startbahn ist auch schön beleuchtet zumindest war sie das noch gerade eben jetzt haben sie es wieder ausgemacht schade eigentlich sonst hätte ich das vielleicht noch schön drauf bekommen also auf dem hinweg was auch noch aus und dann haben sie es an gemacht naja wahrscheinlich jetzt die andere seite ja es dämmert auch schon schön also es wird demnächst hell ja nur kommen die flieger jetzt leider nicht zu mir her ja schauen wir mal wie es dann im take off ausschaut wie man sie da drauf bekommen hier bei dunkelheit genau der erste flug müsste jetzt dann gleich raus gehen nach teneriffa und dann haben wir noch banja luca brindisi und sarajevo also bis gleich so unser erster take off teneriffa müsste es sein rein eher so dann hoffe ich mal dass man sich schön drauf bekommen hier bei nacht noch bei dunkelheit ja ich würde sagen es kann sich doch weniger maßen sehen lassen hier wow ein toller anblick super so nächster take off es geht nach brindisi ja 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 nach sarajevo ja also wie gesagt mal eine andere perspektive normalerweise bin ich hier ja nur tagsüber hier auf der ungehausener seite also auf der 24 aber wie gesagt jetzt ist neue sechs betrieb aber ja geht auch so wir warten auf den take off so es kann losgehen take off ja es schaut immer wieder nice aus wenn es hier so schön beleuchtet das ist alles im dunkeln echt klasse so und die vierte maschine müsste dann noch banja luca sein hoffen wir mal das nicht so lange dauert und 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 und